Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS15 auf der OBF Biomap, mit dabei ist der Till. Moin. Jo, wir machen weiter hier. Ich hab mir jetzt gedacht, ich hol mir mal für den Fendt einen Grupper, einen Lampen-Grupper. Und Till nimmt unseren 8-Meter-Grupper. Und ja, wir fahren jetzt zu Feld 35 und grubbern das schon mal. Weil wir uns dachten, ja, ein bisschen Abwechslung schadet mal gar nicht in dem Projekt. Und ja, im Livestream denke ich, werde ich dann den Restlichen Mais wegtun und sehen. Oder zumindest den Mais mal weg häckseln noch die paar Streifen. Ich sag mal, so eine halbe Stunde wird das Ganze noch dauern. Dann schaut die Welt schon ganz gut aus. Boah. Ja. Ich hab mir den jetzt nicht gemietet, sondern, äh, nicht gekauft, sondern gemietet. Wie ihr seht, für 10 Stunden. Da werden wir den Lampen-Giant 10 S1200 auch mal testen. Ich hab den noch nie getestet und nie gefahren. Mal gucken, wie das Teil funktioniert. So. Du kannst auch den Steyr noch hinhängen, wenn du möchtest. Ja. Ich glaub, das ist besser. Weil der Steyr zieht den 8-Meter-Gruppe auch. Der John Deere ist eigentlich nur zum Abfahren richtig. Boah, La, was machst du denn? Wo willst du denn hin? Willst du einen Baum fahren? Nee, der Gruber verfüllt auch leichter, du, dass man auf der Seite liegt. Hm. Also ich nicht. Also ich mit meinen 50 kmh, mit meinen ganz bequemen 50 kmh hier. Obwohl mein Fan doch eine Lokomotive ist, von nebenher. Eben. Hängt nur so ein bisschen ein, der fährt schon noch zwei Rädern. Ja, dann nimm den Steyr, hängen den Ladewagen weg und fertig. Ja. Da steht ein LKW. Wir wollen aber auf das andere Feld. Ach, das passt jetzt. Ja, du musst dann auf der anderen Seite mit dem Feld anfangen. Ja, und wenn wir mit GPS arbeiten? Ja, du hast eine andere Breite wie ich. Ach ja, stimmt. Ich hab 10 Meter oder was? Du hast 8 Meter oder was? Ich gönne mir halt das Teil mal. Gülle könnte ich da noch fahren. Genau, da war ja was. Gruber und Gülle. Ach, für den Stream haben wir genügend, glaube ich. Jo. So, wir schalten. Wir senken das Ding mal. An Allrad sollte man vielleicht mal noch einschalten. Ja, dann läuft das. Dann brauchen wir New. Wir wollen Offset aus. Wir drehen uns den so hin. Bisschen kleiner machen die Arbeitsbreite. Oder was hat der? 12 Meter. Machen wir mal ein bisschen kleiner. Machen wir Offset aus. Jo. Wunderbar. Und los geht's. Jo, das ist ein Monster-Teil. 20 kmh mit 12 Metern. Läuft. Jetzt fahre ich mal bis zu einem Masten. Naja, du bist auch schon da. Steier fährt sich doch ganz anders gleich. Ja. Ja, ist auch halt irgendwie, Steier ist so ein altgewohntes Tier vom LS-13, sage ich mal. Den kann man nur konvertieren, sage ich mal. Und nicht viel ändern dran. Schade, dass der Fendt halt nicht mehr vom LS-13 gekommen ist, von LS selber und so. Das wäre geil gewesen. Weil der Fendt wäre, also der war, ja echt nice einfach. Der hat sich gefahren, richtig gut. Den hatte eigentlich fast jeder auf seinem Spielstand irgendwie. Ja, ich war in der LS-13 jetzt nicht so aktiv. Nö, das war der, wo es den Mod-Contest auch gab, den 936. Okay. Ja, der war echt nice. Aber den, ja, hat keiner. Den hat nie jemand konvertiert. Ich nehme jetzt jede zweite Bahn, jede Bahn schaffe ich nicht mit der Kurve. Nö, ich auch nicht. Aber ich fahre jetzt bis zu den Telefonmasken bei mir. Und dann fahre ich wieder zurück. Dann mache ich die Zwischenbahn bei mir. Und dann gucken wir mal, was übrig bleibt bis dahin zu dir. Also mit zwölf Metern, ha, er schlägt was weg. Ja. Nachher stimmt der GPS-Kurs nicht und dann bleibt überall so ein Streifen über. Ich fahre jetzt bis hier zu den Masten und dann gucke ich mal. Mach ich mal meine Seite fertig und dann gucke ich mal bei dir. Also ich kann deine Zwischenbahnen ohne Probleme fahren. Da bleibt nichts stehen. Sieht man bei dieser dunklen Textur überhaupt, wo gegüllt wurde und wo nicht? Ja. Weil ich Gülle-Misskalk drin hab. Achso. Da sieht man das nämlich, da siehst du dann die Gülle-Backel liegen. Bei Dingens-Textur, da wird's dann schwierig. Bei der normalen Düng-Textur, da ist es dann richtig eklig. Da musst du dann wirklich schon suchen. Und wenn's dann so dunkel wird wie jetzt, dann musst du echt suchen, was gedüngt ist und was nicht. Kann man sich ja fast nur auf GPS verlassen. Und wenn was nicht gedüngt ist, dann nicht, ja. Kannst du eigentlich nicht viel. Willst du jetzt mal eine Mittelbahn machen oder soll ich ja jetzt auch erst mal eine Ecke fertig machen? Jo, mach mal deine Ecke erst fertig. Ich mach sie jetzt auch erst fertig. Und dann fahren wir mal mitten durch die langen Teile. Meine Sorte bleibt jetzt ein kleiner Streifen übrig. Auge roll. Ja, man muss eigentlich die Sehmaschine immer ein bisschen kleiner stellen, als der GPS-Kurs sagt. Ich hab's... Ich hab ihn jetzt auch auf 11,6 gestellt, obwohl er 12 Meter hat. Ich hab... Kann man das denn sehen. Du musst das Menü wieder einblenden. Ah ja, ist okay. Über dem Traktor steht es immer. Im Menü drinnen, da steht da so ein Traktor abgebildet und da stehen dann 12 Meter oder 8 Meter oder 7,8 Meter. Ach ja, ich hab 7,9. So. Machen wir da noch eine Bahn. Wie weit kann man da... Ah, das passt genau mit den Masken. Das gefällt mir noch besser. Wir haben doch eh keine Kollisionen, oder? Nee, 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 aber... Ist halt realistischer, weißt du? Ja. So. Und dann walzen wir mal los wieder. Flügen wäre echt hier nach Nice gewesen. So einen großen Flug dahinter. Ja. Ich glaub, da hättest du auch... Da hättest du auch Lady Menge geschafft, glaub ich. Und dann schön mit GPS. Ja. Und dann mal hintereinander. Boah, da kannst du dir Zeit vertreiben damit mit dem Flügen. Oder mal mit so einem Zwei-Schach-Flug hier drauf. Oh, nee. Da zu fünft oder so. Das kannst du vergessen. So, ich mach mein Vorgewende hier drüben gleich schon mal. Aber mit dem Flügen wäre noch eine Idee. Das andere Feld dann. Können wir bei den anderen Feld machen. Ja, Gülle draufwerfen und dann einflügen. Vielleicht wäre ja noch Arne kommen. Jo, mal gucken. Ach, den hätt' man auch fragen können. Hab' ich gar nicht dran gedacht mehr. Ah ja, egal. So. Jetzt fahren wir mal kurz ohne GPS da nach vorne. Bei den Massen entlang. Ah, mit dem Holmer, das wird schon eine gigantische Aktion, Alter. Da freu' ich mich echt schon drauf, mit dem Holmer da was zu tun. Ja, aber ich kann da ja nicht dabei sein. Jo, aber kannst du es ja anschauen. Ja. Oder um TS dabei sein. Genau. Jetzt hab' ich ja ein Headset. Jo, endlich. Mein Gott, waren das Zeiten über Skype und so. Ja. Aber jetzt merkt man noch vor den Unterschied. Über TS ist es viel besser wie über Skype. Ja. Da leckt's bei keinem. Obwohl es beim... Hat sich hier... Was? Hat sich den schon wieder gemeldet, oder? Nee, glaub' ich glaub' ich nicht. Ich weiß es nicht. Der hat einen Daumen hoch gemacht und das war's. Mir kam nicht zurück. Mit unserem anderen ist bislang immer noch nix geworden, aber das ist mir jetzt egal. Die Aufnahme-Session ist eh zu Ende. Ach, da drüben ist Dingens, unser Bundeswehr-Depot, Flughafen Penting. Willst du dann links machen und ich mach' rechts? Jo. So, jetzt ziehen wir erstmal die Bahn da nach vorne noch. Die sind auch gleich schon so fertig mit den Kuren hier, ne? Oh. Viertelstunde haben wir dann gebraucht mit Tinnfahrt. Ja. 14 Liter verbraucht er jetzt. 10 Liter? 14. Dann guck' ich mal bei meinem... Äh. Ja. Kannst mal... 5-fache fast drauf rechnen. Aber bei Bergauf heißt es bei Ihnen auch 17 Liter. Äh. Da kommst du nie auf meine hin. Also die rote Zahl wird mir Dauer angezeigt. Also ich fahr' mit 71 Litern. Oh. Das ist hoher Sprottverbrauch. Du, drum sag' ich ja, der Fendt schluckt einiges. Da wär' ich mit meinen 150 Litern nirgendwo hingekommen, ja. Ja. Mein Tank hat jetzt schon wieder einen Streifen weg, also... Also das find' ich geil, dass innen drinnen, innen auf dem Cockpit wenigstens, äh, die Tankanzeige animiert ist, also wenn's leerer wird, wird's da auch der Streifen weniger. Ja. Ja. Bei so einem IHC kann der Trecker doch auch überhitzen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, hab' ich noch nie gesehen. Oh ja, irgendwie so war das mal. Ja. Ja, aber sowas wär' halt geil, einfach von 17er, wenn sie sowas noch mit rein gebracht hätten. Dann sitz' ich ja gleich wieder mit deinem... dann sitz' ich ja gleich wieder auf deiner Seite mit so'n kleinen Streifen. Okay. Oh, mach' jetzt erst den Streifen nebendran, fertig, dann zieh' ich einmal durch noch und du einmal runterwärts oder auch rauf dann. Obwohl. Ich fahr' jetzt hin. Ach ja. Ich fahr' auch hin und dann fahren wir... Ja, dann bleib's... Dann fahr' doch auf meiner rechten Seite die eine Bahn wieder zurück, dann fahr' ich die gleich neben mir, hast du hier an der Seite noch eine Bahn frei. Ich weiß nicht, was bleibt denn noch übrig bei dir jetzt? Ja, eine. Ich fahr' gleich noch einmal zurück. Kannst du da vorne ja schon Vorgewände machen, dann hab' ich hier auch noch eine Bahn für dich zurück. Ja, du fährst die daneben, die 8 Meter Spur noch. Ja. Vorgewände, Vorgewände ist eh nicht viel. Ne, das kannst du ja eben einmal schnell drüber. Ja. Steh' vor mir. Du musst eh vorfahren. So, dann schieben wir hier einmal drüber. Zack. Nächster GPS. So, da ist das nächste Ding. Muss ich hier rauf. Kriegst du alles mehr? Jojo, ich kriege locker alles mit. Ja, wenn... wenn ich den gruppen aus denke ja jetzt aber 69 liter 70 liter ja aber das ist ein gespann du hier da zum so jetzt ein screenshot machen ja will ich auch gerade versuche ich gerade ja jetzt machen wir hier noch was schnell den gps mal aus jetzt fahr ich den rest ohne noch ein wunderbar ich glaube die welche male die ganzen screenshots und alles weg glaube ich mal in einem video packen oder so ein abschiedsvideo dran packen machst du hier vorgebendet ja geschlagene 15 minuten haben wir gebraucht mit hinfahrt also das ist echt das gespann können wir doch eigentlich gleich da am hof stehen lassen wenn wir 38 38 dann brauchen wir die 23 darunter noch aber da brauchen wir nicht zu zweit fahren aber ich würde sagen das war's zu dieser runde und diese aufnahme session und ja ich bedanke mich bei till dass er dabei war und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten partier und oder im live stream tschüss tschüss